Ich bin der schlechteste Beifahrer der Welt. Ich bewege hier fast eine Million mit 900 PS. Man ist so nervös, du bist so konzentriert. Das ist schon eine Riesenmaschine. Ich habe gewonnen, ich fahre. Darf ich? Danke. Ich habe meine Handschuhe nicht mitgekommen. Ich habe richtige Ultram-Handschuhe. Es ist einfach, wenn du hier rausguckst und auf deinen Stern guckst, das ist Genuss. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist wieder Sonntag und Teil 1 konntet ihr bei Konstantin-Bravo sehen. Das war schon eine witzige Nummer, oder? Versuch Nummer 2. Das ist der zweite Teil der großen Mallorca-Schnitzeljagd. Wir haben ja so einige Teile irgendwie für uns. Wahnsinn, Mallorca. Was ich hier alles erlebt habe, das ist genial. Das seht ihr alles bei Konstantin auf der Seite. Vollkommen neue Verkehrsmittel. Wir blenden euch das hier auch nochmal ein, wo genau. Schaut euch die ersten Folgen an. Und jetzt sind wir bei Folge 2. Und zwar hast du was vorbereitet mit dem Porsche. 820 PS. Brabus 820. Brabus 820. 950 Newtonmeter. 25 Millimeter tiefer. 22 Zoll. 21 Zoll. Masterpiece-Interieur. Kohlefaser komplett rundherum. Inkundell Auspuff, was will man mehr? Mit 820 PS düsen wir jetzt die nächste Espressobar. Hier auf Mallorca bei ungefähr 25 Grad Sonne. Genau, wir sind, vielleicht sollen wir das auch mal dazu sagen, wir sind gerade, das war eben genau der erste Teil, nicht mit dem Auto, sondern mit dem Boot hier hingefahren nach Soler. Was für Wellen, ne? Ja und hatten richtig, hatten so ein bisschen zu tun und sind deshalb jetzt wieder am Weg zurück und haben glaube ich ein paar richtig schöne Landstraßen vor uns. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird richtig gut. So, wer wird fahren? Ich wollte ablenken davon, für diese Frage. Ne, also ich fahre natürlich gerne. Aber komm, wir machen mit Schnick-Schnack-Schnuck. Haben wir schon mal gemacht. Da hast du gewonnen. Jetzt machen wir mit Schnick-Schnack-Schnuck. Okay? Alles klar. Auf 3? Auf 3. 1. Achso. Scheiße. Nochmal. Nochmal. Schnick-Schnack-Schnuck. Ich hab gewonnen. Was ist das denn? Das ist ne Welle, Mann. Ne Welle? Ne Welle? Ich fahre jetzt. Ne Welle bei Schnick. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare posten, dass das unverständlich ist. Komm Konstantin. Hier so ein Bonus. Hast du auch Vulkan und Drachen und so? Komm, komm, komm. Ey Leute, das ist echt, das ist nicht oldschool, geht anders. Komm. Eine Welle. Eine Welle. Eine Welle. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Das ist so geil. Wow. Was macht denn die Welle jetzt mit der Schere? Ja, ich bin so, ich habe so viele Wellen jetzt abbekommen. Weg, 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 weg Wellen. Alter, der hört sich ja schon mal. So. Oh, Musik auch schon jetzt. Sportauspuff. Klappen auf. Und, was machen wir noch? Ja, wir haben einen Standard-Move. Start-Stop-Aus. Ja, Start-Stop-Aus. Ist ja auch wirklich genug. Bitte? Ist ja auch für das, was wir jetzt vorhaben. Das geht ja gar nicht. Brauchen wir es nicht. Brauchen wir nicht. Ist schon eine umweltbewusste Sache. Alter. Was ist das? So. Home. Und dann? Fahrzeug. Und dann? Start-Stop-Off. Alles eingestellt. Alles super. Jetzt geht's los. Hamid, ey. Was ist das? Wir fahren jetzt tolle Serpentinen. Okay. Ich sag mal so eine Strecke, wo wirklich dieses Auto total hingehört. Geil. Ich bin echt gespannt. Weil der Turbo S an sich ja schon ein Allzweck-Waffe ist. Du kannst das Auto im Winter durchfahren, mit Winterreden, durch Allrad. Genau. Du kannst das Auto brachial schnell fahren. Du kannst das Auto aber auch total elegant und easy fahren. Und vor allem, du kannst das Auto auch so fahren, was wirtschaftlich total Sinn macht. Der Sinn, der kaum was verbraucht. Genau. Jetzt gibt's ja die Diskussion, die große London-Zwei-Diskussion, ob jetzt das Auto zu komfortabel ist. Ja. Das ist ganz interessant, dass es eigentlich diese Diskussion aus zwei Richtungen gibt. Nämlich einmal aus der Richtung, ich komme von Porsche-Fahrzeugen, von Sportwagen. Ja. Und sagen, okay, das ist ein bisschen komfortabler geworden. Ja. Und da sind dann eher so die Leute zu finden, die sagen, ich hätte es gerne knackiger, noch knackiger. Ja. Und dann gibt's Menschen wie mich, die eher aus einer Richtung SL, S-Coupé, S-Klasse kommen, GLS kommen. Ja. Also eher aus einem großen SUV oder einer Limousine. Ja. Und die sagen, er ist ein bisschen näher an den SL gerückt. Okay. Und dadurch wird er zur Alternative zum SL. Okay. Also für mich persönlich ist der letzte echte maskuline Porsche 911er Modell der 997.2. Okay. Weil er sehr markant ist, weil er hier alles, du setzt dich rein, nicht viel Schnickschnack, vor allem wenn du noch PDK bei den letzten drin hast, was ja 100% genial funktioniert. Absolut. Dann noch als Turbo S und so weiter. Ein geniales Auto. Dann kam der 992, dann habe ich halt einfach echt gedacht so, okay. Aber ich habe mich auch sehr schnell dran gewöhnt. Ich werde nie so der Riesen-Porsche-Fan sein. Aber wie kam es auf einmal dazu? Tatsächlich. Ich hatte dich immer als ein Porsche-Menschen abgespeichert. Nein. Aber wie kommt es bei dir? Ach, das Auto ist ja so tief, du musst echt vorsichtig sein. Er ist klar, ein bisschen tiefer. Ich finde den aber genau richtig. Okay. Es gibt ja Autos, die sind so tief, dass du dann schon optisch über dich sagst, okay. Nein, nein. Da muss man dann drauf stehen. Ja. Das ist nicht mein Fall, sondern ich finde, das bisschen was kann er gebrauchen. Ja. Ach. Hamid, ey. Was ist los? Der fährt da auf die Straße. Was war der? Ich habe da auf das Geräusch gewartet. Ach so. Ich habe auf das, das war jetzt wirklich schön. Konstantin hat Angst. Das ist die Sekunde, die im Video dann auf Zeit holen. Konstantin hat Angst. Aber du warst dabei bei Design? Nein, du warst ganz schnell bei so einem Carbon-Bauteil mal, ich sag mal, zwischen, wie würdest man sagen, 3.000 und 6.000, 7.000 Euro vor Branden. Locker, ne? Ja, genau. Und das geht schnell? Das ist natürlich so. Das ist am Ende aber auch so, wenn du eine sehr hochwertige Felge hast. Das ist aber auch so, wenn du einen tollen Sneaker trägst und du dann genau diesen Moment kennst, wo du drauf guckst und sagst, oh nee. Ah, okay. Verstehe. Ja, genau. Sag mal, erklären wir mal bitte einmal, das interessiert mich immer. Wie lange habt ihr geforscht, bis ihr dann gesagt habt, okay, Design, alles und so. Wie lange wir entwickelt haben. Ja, also, du hast ja erstmal 992 Turbo S gekauft. Genau. Du hast das erstmal deinen Designer und dann wird das Auto ja sozusagen eingescannt. Komplett. Genau. Wir beschäftigen uns insgesamt. Warte mal, wir fahren gerade durch den Tunnel. Damit. Ihr merkt Leute, ich bin der beschissenste Beifahrer, ich bin der schlechteste Beifahrer der Welt. Du erinnerst dich an den Tag gestern. Also nur noch mal so als Recap. Ja. Das ist ein Kamerafahrzeug, liebe Leute. Ich weiß, ich weiß. Wir haben also gestern schon ein… Nein, nicht spoilern. Geht drauf und guckt euch das an bei Konstanz die Seite. Nicht spoilern. Das ist nämlich geil. Das ist echt geil. Das ist ein anderes Kamerafahrzeug als gestern. Boah! Und das hat auch einen Grund. Weil du einen da hinten rausschießt. Ja, sag ich doch. Boah! Das ist ja Turbolader. Ich kenn das von dem F40. Guck mal, ich geb mal noch mal ein bisschen Gas. Und jetzt? Alter! Ist das nicht schön! Alter! Ist das nicht schön! Das ist krass! Oder? Kann ich den ganzen Tag lang machen. Boah! Da hast du das kleine Auto, die um die Herz. Jeder, der kein Turbo-Fan ist und dieses Auto fällt, wird danach ein Turbo-Fan sein. Genau das! Definitiv! Und du brauchst halt! Oh Mann! Das ist so geil! Das ist so schön, dass du das gleiche, genau die gleiche Reaktion hast, wie ich, als ich das Ding das erste Mal fertig gefahren bin. Das ist unglaublich! Und jetzt kommen wir zurück. Warte mal noch! Warte mal noch! Für den Fahrradfahrer. Das ist einfach unverständlich! Und jeder denkt ja, bei dem F40 muss ja richtig lange ziehen, 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 ziehen und dann Gas weg! Kann sich einer zur nächsten Abbekannten vormachen! Ja genau! Das ist so geil! Das ist so geil! Das Auto habt ihr gekauft, das Auto wurde eingescannt in dem Sinn? Ja! Also du hast ein Basisfahrzeug, dann machen wir uns grundsätzlich erstmal Gedanken, was wir eigentlich wollen. Ja okay! Und ich finde ein 911er war eine ganz klare Ansage damals, auch im Gespräch zwischen Jörn und mir, wo wir ganz klar gesagt haben, Jörn ist unser CTO, dem ich zum Beispiel auch bei mir auf dem Kanal immer zu jedem Produkt, auch zu dem Auto hier, wenn wir lange Tech-Talks machen, wo wir wirklich im Detail dieses Auto durchgehen. Und das Wichtigste damals war ganz eindeutig, dass wir gesagt haben, wenn wir uns als Bravos mit einem 911er beschäftigen, dann müssen wir das mit einer ganzen Menge Respekt tun. Denn ein 911er ist, ich finde, so ziemlich eins der ikonischsten Designs, die die deutsche Automobil- aber auch Designgeschichte zu bieten hat. Ja absolut! Da brauchen wir gar nichts drüber reden! Da kannst du jetzt nicht, also ein Auto darfst du nicht verunstalten. Ja genau! Sondern du kannst, also die Frage zu stellen, wie Bravos-Sizen wir das, also wie veredeln wir das so, wie wir es uns vorstellen und wie interpretieren wir das Fahrzeug so, dass es dem entspricht, was auch eine Bravos-Wiedererkennung hat. Das war ein bisschen Diskussion und am Ende habe ich gesagt, Leute ich möchte, dass wir mit einem 911er Programm, also ein Bravos-Programm für den 911, dezent und geschmackvoll auftreten. Denn am Ende, wenn du dir die Bravos-Kundengruppe anschaust, sind das 95% internationale, also erfolgreiche, wie auch immer, internationale, erfolgreiche Geschäftsleute. So, die haben natürlich alle keine Lust, am Restaurant vorzufahren, irgendwo mit dem Auto gesehen zu werden und dann den Vogel gezeigt zu bekommen. Ja klar! Haben auch alle gerne Lust, was geschmackloses zu fahren. Und das, dieses Thema Respekt vor dem 911er plus richtigen Transfer des typischen Bravos-Designs, hat dann zu dem geführt, was wir jetzt hier heute vor uns machen. Okay. Was wir jetzt fahren. Also heißt, dezentes Kohlefaser vorne rum, sehr technischen Inhalt mit Inconel, eine Abgasanlage hinten, also tolles neues Material. 3D-Gedruck für Ausdruckblenden. Okay. Finde ich sehr, sehr spannend. Also sofort, wenn du dir das Design anschaust, siehst du, das geht nicht anders als im 3D-Druck. Und es sieht gut aus. Aber bist du dabei bei den ganzen Entwicklungen und so weiter? Ich bin immer wieder, ich bin natürlich nicht, weil ich bin ja am Ende kein Entwickler, sondern bei uns Geschäftsführer. Ja. Bin natürlich immer wieder in dem Thema dabei. Hab aber eine sehr, sehr deutliche Meinung. Ja, okay. Zu den Designs. Und es wissen auch alle bei uns, dass wenn ich, wenn ich dann immer wieder mal verschiedene Meilensteine so ein Design anschaue, dass es dann nicht so ein Termin ist, wo jetzt kommt dann der Chef und dann ist ja wunderbar, sondern wird diskutiert. Okay. Und zwar wird diskutiert. Haben wir das historisch schon mal gemacht? Aus welchem Material machen wir das? Was ist hier der technische Anspruch? Okay. Wie gehen wir mit dem Basisfahrzeug um? Was wir nehmen? Natürlich bei einem Brabus Crawler, wo fast alles neu ist, eine andere Diskussion als bei so einem Auto. Ja. Was wollen wir denn eigentlich damit aussagen? Ja. In welches Segment wollen wir, mit welchen Kunden wollen wir ansprechen? Und habt ihr dann ein Gremium, wo ihr dann alles entscheidet? Es gibt ein Produktsteuerungs-Gremium, genau. Da sitzen wir monatlich zusammen und drücken über die Frage, was an, das ist nicht einerseits in anderen Läden, auch an A, B, C Produkten kommt. Ja. Ich muss mich... Ich lache. Ich lache. Nein, ich muss immer lachen, weil das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Das Auto macht so Spaß. Ich höre dir die ganze Zeit zu, aber das Auto macht so Spaß und das ist eine geile Strecke. Wir haben super Temperaturen, 22 Grad, Sonne, die Reifentemperatur haben wir schon lange erreicht. Es ist zwar ziemlich voll, weil auch viele Fahrradfahrer jetzt hier hochfahren. Man muss vorsichtig sein, gar keine Frage. Aber wie viel Autos, so viel forschen und gucken, testen und so weiter. Natürlich auch vom TÜV alles abnehmen lassen. Alles, was an diesem Fahrzeug gemacht wurde, ist auch abgenommen vom TÜV. Natürlich, klar. Das ist ja auch nochmal eine ganz große... Also deshalb ja auch... Man nimmt mal zum Beispiel die 820 PS 950 Kilometer. Ja. Es gibt immer wieder Leute, die nicht nur beim 911er sagen, kannst du mir nicht 1500 PS da reinbauen? Ja. Kannst du mir da nicht eine Jet-Turbine dranbauen? Kannst du nicht machen, dass das Ding fliegt? Ja, verstehe. Ich finde, by the way, das Ding fliegt schon ziemlich hier. Wahnsinn. So, aber natürlich können wir das. Aber nicht so, dass du es auf einer deutschen Straße legal fahren darfst. Nicht so, dass der TÜV dann einen Hang drunter macht. Nicht so, dass du es weltweit verschicken kannst. Nicht so, dass du zum Beispiel in einem heißeren Land mehr als 10 Kurven damit fährst und es immer noch funktioniert. Ah, okay, verstehe. Nicht so, dass ich dir Garantie geben kann. Also alle diese Dinge müssen ja in so ein Paket einfließen. Aber ist das genauso wie bei Erdschalter? Testet dir dann so ein Auto auch mal in Dubai 50 Grad im Sommer aus? Du, wir waren jetzt gerade, also bevor ich hier gekommen bin, in Ibiza gewesen. Ja. Und dieses Auto war da auf der Rennstrecke. Okay. Mit einem unserer Testfahrer. Und hat Kunden über die Teststrecke gejagt. Okay. Im Renntaxi. Okay. Um die Performance des Autos zu zeigen. Okay. Zwei, zweieinhalb Tage lang. Okay. Mehrere Reifensätze. Okay. Und wir sitzen jetzt drin und es fährt. Und ich habe mich gefreut, das zu sehen. Ja. Weil du dann weißt, ob es funktioniert. Und es war wärmer als heute. Okay. Und danach weißt du, ob so ein Ding funktioniert. Ja, klar. Auf der Rennstrecke mit einem Rennfahrer auf jeden Fall. Also das war jetzt. Aber natürlich testen wir das. Wir machen ganz normale, also eben immer unterschiedlich dem Produkt angepasst, ganz normale Dauerläufe. Egal ob es ein Auto ist, ob es ein Boot ist, dann musst du andere Tests machen. Boot auf der Landstraße ist. So, jetzt hast du den 820er rausgebracht. Du willst auch von dem Porsche so eine Art Rocket geben? Hast du was geplant? Ist irgendwas im Anlauf? Wie? Mal anders. Ich drehe, ich drehe mal um. Wie würdest du denn ein Brabus Rocket auf so einer Basis, wie sieht er aus? Boah. Das ist eine total spannende Frage. Absolut. Absolut. Das ist eine richtig spannende Frage. Ich finde, ihr habt hier genau die Nuancen gesetzt, die man richtig setzen kann, um das Auto nicht zu verunstalten. Okay? Das ist das Einzige. Aber bei Rocket bedeutet der immer heftiges Wide Body Kit. Ja, da muss schon ein bisschen mehr passieren. Da muss schon mehr passieren. Genau. Nicht nur technisch. Bei Rocket. Sobald ich höre, Brabus bringt ein Rocket raus, denke ich immer mindestens wieder 100 PS mehr. Mindestens. Als der Vorgänger. Wenn wir das machen, dann muss richtig Leistung drin sein. Brabus Rocket ist immer, wenn du siehst, Brabus Rocket weißt du immer, erst dann haben wir 2006 gemacht, CLS Basis, dann weißt du immer, da ist, jetzt hätte ich fast das extremste, aber der Crawler ist also extrem. Das ist das sportlichste, schnellste Fahrzeug, was Brabus zu bieten hat. Okay. So, jetzt ist ja die Frage, wenn du sowas machst, dann muss an der Karosserie was passieren, dann muss am Motor was passieren. Klar. Dann muss natürlich sowieso, wie hier auch im Hinterbau, ein Brabus Masterpiece Interieur passieren. Klar. Dann muss am Fahrwerk eine ganze Menge passieren. Wie kommst du auf die Namen? Ganz ehrlich, da haben wir uns damals im 2006 mal ausgedacht, haben es schützen können und das ist natürlich ein supercooler als auch Fahrradfahrer. Ich weiß. Das ist natürlich ein supercooler Name. Du bist aber echt ein schlechter Beifahrer, ne? Alter, vertrauen wir doch. Ich? Ja, vertrauen wir. Ich bin ein mega schlechter Beifahrer. Du bist nur am Schicksal. Ich bin ein mega, mega schlechter Beifahrer. Ampel. Oh mein Gott. Tunnel. Nein. Ich komme auch raus. Boah, das ist so geil. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, das ist so genial. Das ist so genial. Selbst Chris, der Kameramann da vorne, der lacht. Das ist so genial. So müsste sowas aussehen. Absolut. Innenausstattung habt ihr ja auch hier. Alles angegriffen. Ja. Also, wenn du den Begriff Brabus Masterpiece hörst, dann ist es immer... Ja. Mach's nicht fertig, ey. Leute, der macht nicht fertig. Der macht nicht fertig. Das ist so gar nicht. Ich muss gleich... Wir wollen erst zur Espressobar. Ich muss gleich erstmal an den Tropfen. Ey, ich habe heute nur fünf gehabt. Ich muss da in Espresso arbeiten. Ja. So fährst du auch. Oh. Richtig. Schön auf dem Boot schon anderthalb hinter Wellenberg weggerockt. Dennis kriegt hier ein grünes Gesicht. Die Details hier drin und so weiter. Bist du auch dabei oder lässt du da deine Designer freien laufen? Ja. Ich bin dabei. Und ich bin nicht dabei. Lass mich erklären, wie es funktioniert. Also, wenn du den Begriff hast, Brabus Masterpiece. Ja. Das ist ein Label, das wir ganz bewusst vor drei Jahren eingeführt haben. Hier ist ein Begriff, der dir immer sagt, da ist alles drin, was wir können. Okay. So. Das ist sozusagen die Abkürzung. Okay. Full Option. Brabus Masterpiece. Okay. Verstehe. Das siehst du immer, auch wenn du draußen zum Beispiel auf einer G-Klasse hast, ein Label drauf, innen mit Carbon ausgelegt und außen mit so einem farbigen Rand. Genau. Farbiger Rand bei Brabus heißt… Lassen Sie euch mal ein. Gefährlich. Farbiger Rand bei Brabus ist alles drin. Alles klar. Das ist nicht günstig. Okay. Aber es ist Full Full Option. So. Das ist jetzt hier auch so. Wir haben Karosserie dran. Wir haben Fahrwerk. Wir haben Räder. Wir haben Leistung. Wir haben Interieur. Im Interieur haben wir jetzt natürlich den Weg gewählt, hier mit Glattleder zu arbeiten. Wo ich ein riesen Fan von bin. Ich persönlich, und das wird… Wir haben auch gerade… Wir bauen ein sehr, sehr schönes Auto auf. Ja. Okay. Dann werden wir genarbtes Leder nehmen. Ich persönlich finde, da kommt ein bisschen mehr Brabus Peer drüber. Es gibt ganz viele, die Leute Glattleder sportlich finden. Ich finde auch, es ist… Wenn du genarbtes Leder benutzt und dann ein Masterpiece-Interieur mit Steppung, Stickung, Prägung, Lasurteilen, die man hier an den roten Teilen sieht, machst. Carbon. Ja. Vielleicht noch Prägung. Da haben wir jetzt hier weniger mitgearbeitet. Und wenn du dann genarbtes Leder hast, finde ich immer, läufst du auf so ein Auto zu, von 50 Metern weg und siehst sofort, das ist nicht Serien. Ja. Da ist was passiert. Ja, aber ich finde das edler. Findest du, ne? Ich finde glattes Leder. Ich finde glattes Leder edler und ich finde glattes Leder auch sportlicher. Ich finde das Grobleder, was du da… wie nennt man das? Grob. Genarbtes Leder. Genarbtes Leder, genau. Genarbtes Leder, genau. Genarbtes Leder, natürliches Leder. Ja. Wobei eigentlich ist das strukturiertes Leder. Oder strukturiertes Leder. Ja, technisch die Fehler. Im Auto gibt es ja nicht. Das ist aber ein Griff, der ist jetzt nicht ganz akkurat. Aber wenn wir bei uns generbtes Leder sagen, dann meinen wir das Strukturierte mit der Hautstruktur. Hast du zum Beispiel ein Bentley nimmt denn nur nordeuropäische Rinder? Habt ihr da irgendwas? Also generell ist das deutsches Leder, mit dem wir arbeiten. Okay. Das ist aber eine Antwort, jetzt wo du mich fragst, die ich auch nochmal prüfen werde. Das sage ich jetzt schon ein paar Jahre. Weißt du warum Bentley nordeuropäische? Ja. Weil die weniger Mückenstiche haben. Ja, natürlich. Es gibt ganz klare Gründe dafür. Weil du weniger Fehler im Leder hast. Genau. Das ist bei uns auch nicht anders. Hast du Einkäufer, die da losgehen? Genau. Du kaufst die bei Leder ja heute oder bei meinetwegen zum Beispiel Alcantara Dynamica Bahnen an. Und dann musst du die natürlich prüfen. Du rufst die rein, prüfst die auf Fehler, scannst sie ab heute immer noch manuell oder teilautomatisiert. Okay. Dann gehen die in den Zuschnitt. Und dann gibt es entweder wirklich Oldschool noch Schablone, als ganz seltene Fahrzeuge sind, die von Hand gemacht sind. Oder es gibt einen Laser, also es gibt so einen Cutter. Wo ich ja sagen muss, die Cutter verursachen viel, viel weniger Schwund. Also die benutzen sie sehr, sehr schnell und sind sehr akkurat. Genau. Genau so ist es ja. Und wie viele Linder sind so in so einer G-Klasse? Weißt du das? Ja, kann ich das nicht sagen. Weil du hast natürlich heute bei uns im Konfigurator wirklich mehrere hundert Millionen Permutationen. Also Möglichkeiten, Dinge einzustellen, Dinge auszuwählen. Krass. Wenn du mit mir eine Konfigurations-Session machst, das können wir mal machen. Ja. Dein perfektes Brabus Masterpiece zu zerstellen. Dann sind wir mit Sicherheit drei Stunden vermissen. Geil. So, jetzt machen wir auch mal hier was. Alter. Alter, das ist unglaublich. Willst du mir? Ja. Selbst wenn ich kein Gas geben will. Alter, der ist erst so richtig so peitschlich nach vorne. Hau mich nach vorne. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Dass ich jemals in einem Porsche sitze. Bei allen Respekt Porsche. Aber dass ich so lache. Ich glaube, das war letztens echt nur in einer anderen Marke. Nein, meine italienische Marke. Was macht jetzt für dich den Unterschied aus? Also es ist viel mehr. Es ist ein Turbomotor. Aber es ist für mich viel mehr Emotion. Es kommt für mich hier im Innenbereich viel mehr Sportlichkeit rein. Durch die Applikation, die ich hier reingebracht habe. Hier schön mein Chrom. Also nicht Chrom. Wie nennt man Alu gebürstet? Aber schön rot. In dem Fall genau. Metallteile, Azulteile. Genau. Dann durch das Kontraste schön rot. Ich habe sofort ein Sportwagenfeeling. Aber trotzdem fahre ich damit jetzt so eben, wo wir vom Hafen rausgefahren sind. Es ist mir nicht peinlich, weil ich ja eigentlich ein extremst dezenter Typ bin. Mich siehst du auch nie in einem Markenkabern, wo fett hier eine Marke draufsteht oder sonstiges. Siehst du mich nicht. Ja, da bin ich total dabei. Aber trotzdem, jeder kennt, also ich würde mal sagen, fast jeder Mensch kennt Porsche. Fast jeder der Porsche kennt, kennt natürlich den 911. Da kommt er gar nicht drum herum. Der sieht dieses Auto. Der merkt, dass da was geändert wurde. Aber der muss nochmal hingucken und sagen, okay, alles klar. Nur idealerweise, und das war ja der Designansatz, den ich vorhin versucht habe zu erklären, guckst du auf das Auto und sagst, der sieht cool aus. Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Es ist nicht Kotflügelverbreiterung da, noch mal eine Theke raufgesetzt. Es ist auch nicht, boah, was ist das denn? Genau das ist es. Sondern es ist nur so, dass du hingehst und sagst. Genau. Boah. Genau. Genau. Es ist nicht mehr der Zahnarzt. Es ist der Zahnarzt, der auch tiefe Autopädie macht. Der noch einen raufgesetzt hat. Also wirklich Herr Musterdeck. Na? Ich spare mir jetzt den Disclaimer. Nein, aber ist doch so. Aber ist doch so. Ich finde das ja schön, wenn du solche Dinge sagst. Aber ist doch so. Nein, natürlich, es hat einfach Punch. Genau. Es hat Punch. Das Ding hat richtig Punch. Das war aber genau die Diskussion. Weißt du, ich komme, auch ich selber ja auch. Mein Vater hat einen ganz tollen Satz gesagt. Immer. Er sagte, Junge, wenn du mal die Firma übernimmst. Du musst Kunde Nummer eins sein. Ja, genau. Heißt nicht, du musst jeden Scheiß kaufen. Heißt auch nicht, du musst immer dein erste Auto kaufen. Das heißt, du bist in dieser Firma derjenige, der dann final zwischendurch immer wieder, aber am Ende sagen muss, wenn ich ein Kunde bin, komme ich dann hier rein und sage, boah, ist das cool. Das möchte ich haben. Ja, ja. Oder komme ich rein zu so einem Produktuproval, also so eine Besprechung, wo dann so ein Auto zum ersten Mal siehst, oder so ins Finale ist, dann siehst und sagen sollst, das ist gut so. Und sagst, hm. Wenn einer rein, Stichwort, Brabus One Second War. Das ist ja auch bei Produktabnahmen so. Kommst du rein und sagst, hm. Ja. So. High Five. Supergeil. Dann ist es richtig. Wenn da einer reinkommt und dann so, hm, na, schon nach einer Sekunde ist es schon normal. Sagen wir aus Spaß auch immer, Brabus One Second Wow oder One Second Ciao. Ah, okay. Krass. Ja, krass. Entweder kickt dich sowas oder halt nicht. Jetzt haben wir so viel über deine Philosophie gesprochen, über, 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 über Brabus alles gut, aber kam auch nicht ein bisschen so Gegenwind wegen Porsche und so weiter, dass du nicht Mercedes treu bleibst komplett? Ähm, es ist ganz interessant, ganz interessant. Also ich habe mir natürlich unheimlich viel Gedanken gemacht, über alle möglichen Aspekte und weil wir es richtig machen wollen. Mhm. Wir wussten, das wird ein großer Launch. Das kriegen alle mit. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht verdatteln. Ja. So. Und ich fand's Design, haben wir sauber hinbekommen. Ja. Das Video zum Beispiel, haben wir sauber hinbekommen, haben das Auto auf Sylt gefilmt. Also eben nicht aggressiv auf der Rennstrecke. Sonst war auf Sylt. Und es hat im Sofa so, einmal ist ein Mann gefahren und haben die getauscht als seine Frau gefahren. Ah, okay. Also das ist ein 911er. Das sind elegantes Autos gehört in ein elegantes Umfeld. Das musst du nicht immer nur auf der Rennstrecke prügeln. Die als Brabus kommen ja auch immer aus dem Thema Luxus. Okay. Eleganz. Und haben dann mal ein aggressiveres Produkt. G900 Rocket Edition. Mhm. Euro Discs auf dem GT 63 Rocket. Solche. Das sind dann eher die aggressiveren Produkte. Aber das normale Brausprodukt wird immer, wird immer das Ziel haben. Wo siehst du die Tendenz hin? Meinst du, wird irgendwann mal Porsche so stark wie Mercedes bei dir? Das ist eine gute Frage. Also wir werden uns natürlich weiterhin mit dem Thema jetzt auch beschäftigen. Ja. Lass mich das kurz zu Ende erzählen. Ja. Dann machst du dann so eine Launch und ich habe natürlich, du hast ja mehrere Zielgruppen. Wie reagiert eine Porsche Community? Mhm. Zum Beispiel. Und wie reagiert unser Stammkunde? Der jetzt den dritten, vierten, fünften Mercedes basierte Brabus Supercabe uns kauft. Interessanterweise haben, das kann man sich bei uns übrigens, gibt es ja sozusagen auf YouTube Brabus Signature Night. Unsere Motenschaufel haben letztes Jahr die erste Fashion Show für Autos gemacht. Weil ich mich immer gefragt habe, macht das keiner? Auto musst du meiner Meinung nach bewegen präsentieren? Das muss an dir vorbeifahren. Ja. Als letztes Highlight kam eben das Brabus Programm für den 911er. Also Brabus 820 und Brabus 700 based on Rolls-Royce Ghost. Ich war total gespannt. Ich war mega gespannt. Und heute haben wir viele bei der 1300R, der Motorrad auch immer gesagt, ja ist ja klar, ist ja Brabus, muss ich ja verkaufen. Nee Leute. 0,0. Vor jedem neuen Release in einer neuen Produktkategorie sitze ich da und bin, wie heißt es die Positivformulierung, bin total gespannt. Okay. Oder bin scheiße nervös, weil du hast so viel Arbeit, so viel Liebe in dieses Thema eingesteckt. Klar. Du machst dir Gedanken ohne Ende. Ja. Da hängt das Team dran. Deine Jungs haben richtig Gas gegeben. Mhm. Und manchmal wird es das aber nicht tun. Ja klar. Und es gab in dem Moment, gab es wirklich spontanen Applaus. Ja cool. Und der hat total gut getan. Da klar war, da waren Händler, da waren Kunden. Ja. Und das hat sich danach auch wieder gespiegelt. Es ist, keiner der Kunden hat es negativ aufgenommen. Wir bauen ja auch, keiner der Händler hat es negativ aufgenommen. Wir bauen ja auch keinen Mercedes weniger um. Ja verstehe. Nur weil wir auch noch zusätzlich uns mit einem 911er beschäftigen. Verstehe. Und dann gleichzeitig haben wir ja auch ein Programm für den Taycan vorgestellt. Okay. Also die Frage ist, was wäre gewesen, wenn. Also was wäre gewesen, wenn es halt lächerlich ausgesehen hätte. Was wäre gewesen, wenn es das Design einfach verpasst hätte. Jetzt kommen wir mal zurück auf das Fahrzeug. Also es ist, ich muss sagen, auch innen hier mit dem Carbon. Das gibt es ja auch nicht original vom Porsche. Also so strukturiert. Es ist mega cool gemacht. Es ist mega cool gemacht. Wir reden gleich bei einer schönen Tasse Espresso nochmal über Preis. Und vielleicht sind da ja ein paar Leute. Wir setzen uns mal hin. Du trinkst dein Americano. Ich trinke mein Espresso. Und dann würde ich... Hashtag unsere Diskussion die letzten drei Tage schon. Ja, immer. Herr Buschmann trinkt ein Americano. Ich trinke immer Espresso. Also es ist immer die gleiche. Ich habe witzigerweise viele Grüße an meinen besten Freund. Diese Konversation läuft nämlich, Max, willst du einen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee. Das machen wir seit 20 Jahren. Ja, genau. Und die Konversation mit Hamid ist immer, Conti, willst du ein Espresso? Und ich antworte immer nur mit Americano. Ja, genau. Was hat der denn? Das war ein Sieben-Achtzehner. Ja. Es ist echt so. Und man ist immer hier, sucht hier immer einen Knopf. Das ist echt so. Der normale Mercedes-Fahrer würde am Lenkrad einen Porsche aufmachen. So, jetzt sind wir da. Wir haben 820 PS sauber und gesund hierher gebracht. Ich muss euch eine Sache sagen. Schaut euch die Bilder genauer an. Also Konstantin als Beifahrer ist nicht einfach. Also er hat immer so, so gebremst und Handbremse gezogen. Aber da war nichts. Da war nichts zu ziehen. Warum habe ich das Gefühl, dass er das eh zusammengestellt wird? Das ist so geil. Das ist so geil. Konstantin, erstmal vielen Dank, dass wir fahren konnten. Absolut. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu detailliert im Außenbereich. Klar. Jetzt habt ihr euch im Innenbereich alles angeschaut. Und vor allem habt ihr euch diesen Motor angehört, der ja brachial ist. Der Porsche Turbo S steht jetzt nicht... Hat übrigens gestern einer geklaut, ne? Was? Warte, ich zeig dir. Der Motor. Ach so. Der ist weg. Der Motor ist weg. Ach, warte mal. Dafür haben wir eine Brabus-Sasche drin. Alter, ich dachte, was meint der denn, was geklaut worden ist? Nein, Quatsch. Nein, ist alles da. So, jetzt kommen wir mal zu den Preisen. Das Auto hat ja einen Basispreis. So als Turbo S. Wäre er ungefähr bei 220. 220. 220 ungefähr. 220. Man sagt ja immer ein Turbo S, wenn du den gut ausstattest und so weiter mit ein bisschen Rabatt hin und her, bist du so bei inklusive Steuer bei eine Viertelmillion Euro. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Es wäre ja langweilig. Okay. Jetzt hat der Konstantin einfach gesagt, ich packe mal hier circa 140.000 Euro rauf. Und jetzt habt ihr Zeit mal auszurechnen, wie viel Dacia das das sind. Nach der Fahrt gerade. Alter. Lieber Hamid, weißt du ja, was drinsteckt. Ich muss ja sagen, es hat ja nichts mehr mit veredeln oder Tuning zu tun. Wir gehen jetzt das Ganze durch. Alleine wenn ich meine Carbon, es ist nicht nur eine Carbon-Lippe, was raufgeklebt ist. Es sind auch hier die Lufteinlässe, perfekt mit Carbon verarbeitet. Das ist einfach so. Du stehst da wie so ein... Nein, nein. Und ich will die Frage stellen, wir haben ja vorhin über Design und Philosophie gesprochen. Mhm. Ich finde, es steht dem Auto gut. Ja, das ist ja das, was ich ja auch im Auto angesprochen habe. Ich bin nicht der Typ, der mit solchen fetten Marken rumläuft oder sonstiges. Das ist ein Auto, was ich jederzeit fahren würde. Ob ich einen Porsche jemals fahre, weiß ich nicht. Aber würde. Weil jeder, der einen Porsche kennt, jeder, der einen 911 kennt, jeder, der das Auto kennt, guckt hin und sagt, da ist eine Änderung. Aber nicht so, wie manche andere. Es muss am Ende, muss es immer noch wie aus einem Guss wirken. Es muss gutes Produktdesign sein. Absolut. Es darf nicht drangeflanscht aussehen. So, dann gehen wir mal hier lang. Das würde es doch kaputt machen. Dann haben wir die schönen Felgen. Echt verdammt schöne Felgen. 21 und vor allem auch 22 Zoll. Also vorne 21, hinten 22 Zoll. Dann geht es weiter. Im Seitenbereich habt ihr nur hier die Flips drauf gesetzt. Ganz genau. Genau. Das habt ihr nicht als Carbon gemacht. Hat das einen Grund? Ne, aber in dem Fall einfach lackiert. Aus optischen Gründen. Okay. In dem Fall einfach lackiert. Es kann durchaus sein, dass wir jetzt nicht bauen. Wie gesagt, gerade deshalb auch spannendes Auto. Blau, schwarz. Ah, okay. Oder schwarz mit blau. Ja. Okay. Und dann haben wir hier hinten dezent. Mega dezent. Eine schöne Carbon-Spoiler in dem Sinne. Liegt ungefähr bei 6 Mille, ne? Richtig. Und auch da wieder. Ich persönlich bin kein Fan von riesigen Spoilern. Das ist Geschmackssache. Jeder hat seinen eigenen und ist auch vollkommen okay. Ich mag Autos, die wie aus einem Guss wirken. Und die keine riesen Pommes da hinten haben. Deshalb bin ich auch eher ein Turbo-Mensch als zum Beispiel ein GT3-S-Mensch. Absolut. So für 6.000 Euro ist schon okay. Ja. Kann man ja auch gebrauchen. Ist aber auch sehr, sehr schön verarbeitet. Und dann haben wir einen Heckdiffusor, der es in sich hat. Und wir waren natürlich auch damit im Windtunnel. Ja. Was habt ihr? Wir waren natürlich damit im Windtunnel. Ach so, okay. Wenn du gerade über den Wegspoiler sprichst. Und haben das aerodynamisch auch getastet. Okay. Perfekt. Ja gut, das sind halt die Nuancen. Da kommen auch diese ca. 140.000 Euro Aufpreise zu. 140.000 Euro ist schon in Hamburg sogar schon eine Eigentumswohnung. Jetzt zwar nicht in Eppendorf oder Winterhude. Sondern aber trotzdem. Hamburger Raum. 140.000 Euro. Kriegst schon ein Zimmerchen. Da kannst du den Turbo S holen und in Hamburg ein Zimmerchen holen. Das ist ja die spannende Frage. Wenn du Qualität als obersten Maßstab anlegst und die Frage stellst, was geht. Dann landest du eben bei Werkstoffen wie zum Beispiel Kohlefarbe. Dann landest du bei Werkstoffen wie zum Beispiel dem Inkunel. Der hier unten im Ausbruch ist. Das ist ein 3D gedruckter Inkunel. Also du meinst das hier oder was? Genau. Das ist jetzt ein spannendes technisches Feature an dem Auto. Das ist 3D gedruckt. Das Muster, was du innen siehst. Ach so, das da drin. Das kannst du nicht anders darstellen als im Cabello. Krass. Das ist Wahnsinn. Und vor allem, was ich mega cool finde, was ich feiere, ist ja dieses, wie er Luft wiederholt. Das ist echt krass. Große Turbos. Also. Wo wir ganz viel experimentiert haben, wie wir sie lagern, wie wir das alles hinbekommen. Mhm. Und die erzeugen, finde ich, den schönsten Effekt, wenn du ihn fährst. Ja. Nämlich das tollste Turbo-Geräusch. Absolut. Was ich in so einem Auto hier gehört habe. Jeder, der kein Turbo-Fan ist, muss dieses Auto fahren. Und spätestens dann wird er höchstwahrscheinlich ein Turbo-Fan sein. Definitiv. Absolut. Weil das, was er hinten nicht mehr so rausbrüllt, was er trotzdem macht, aber natürlich nicht mehr wie ein Sauger, gibt er den nochmal anders wieder. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Und bitte, 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 bitte tut mir einen Gefallen und geht auf Folge eins. Guckt euch das an. Das ist witzig. Und demnächst kommt auch noch Folge drei. Wir haben eine Menge Spaß gehabt. Genau. Wir haben richtig Spaß gehabt. Vielen Dank nochmal dafür. Sehr, sehr gerne. Und jetzt gehen wir einen Espresso trinken. Americano. Herr Buschmann, Americano. Ich Espresso. Wo wir im Ruhrgebiet auch sagen, das geht mir ja auch alles auf den Keks, Leute. Eine Tasse Kaffee. Eine Tasse Kaffee. Einfach eine Tasse Kaffee. Und ich brauche nur ein Espresso. So. So. Fährst du jetzt zurück? Klar. Komm, alles klar. Ab geht's.